Und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Fete Beast Ultimate, oder den mit herunterschmeißen in den Teller. Nee, nee, dich. Los. Nein, 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 lass nicht, liebe. Habe jetzt den Bock, um 3-3-Level zu verlieren. Ups. Oh. So, ja, das ist offen lassen. Weil in letzter Zeit hat Mika ja schon ein bisschen früher beendet von zu einer Seite, habe ich ja schon zu einem noch den Bo-Netz hier fertig ausgehoben. Ich meine, dass da hinten ja da abgebaut wurde, wo es noch minimal da war. Man. Ähm, Enterman, kannst du dich wieder vergessen, wir sind hier im Überblick. Quast. Jeder mal wieder raus. Ich will den Boden abbauen. Ich will die einsame Insel schicken. Hier. Da. Fällt doch wieder auf die Mitte so. Hier hast du einen Tag woanders willst. Und jetzt abhauen. Nein. Hm. Aber schon ist du lieber ganz still. Ich krieg schon Gänsehaut irgendwie, wenn du irgendwas tust. Gar nicht aufgeregt, oder? Da warst du eben nur gar nicht aufgeregt, oder? Nee. Bei deiner Atmung war gerade immens schnell anscheinend. Du hast den Wind reingepustet. Ah, die Zuschauer auch gehört. Alter. Hm. Wow. Was denn? Na, wie du das baust eigentlich. Was denn damit? Willst du da raus, oder wie? Ja, also vor allem die Wände, wie du die Wände auch so machst. Zum Beispiel hier, was du jetzt hier gerade gemacht hast. Und hier dieses Holz hier auch so nach oben. Dann brauchen wir hier noch so viele verschiedene Wege hier aus. Das hier an sich ist die Mitte. Warte mal, was soll das nochmal hier sein eigentlich? Der Hauptraum, das wird wohl eigentlich auch in eine Vibliotät hier reinkommen. Oh. Wo? Und vielleicht in der Mitte vielleicht auch noch so einen Tisch, wo wir so einen runden Tisch für die Besprechung. So. Ja, so. Der Stadtrat ist das ja hier. Ja, so. So, heute erzähle ich Ihnen, was wir hier heute hier einbauen, und dann werden wir weiterschauen, ob... wo er seine Bienen parken kann. Weil glaubst du, dass dieses... Wer Aufträge hat halt, oder... Ich meine, weil das... Vorne ist doch Peters Bienen-Teil, ja. Wo halt die Bienen immer rein tun, ja. Ja. Das ist nur das Kleine. Es gibt noch ein größeres. Okay. Ein... 3x3. Halt 3 hoch, 3 breit, 3 tief. Oh, oh. Okay. Alles klar. Also, da hat dann was zu tun. Da müssen Sie Diamanten ja machen. Kein Scherz. Mit denen sollen wir auch Diamanten machen können. Hm. Mit den Bienen. Schrauben da halt... Ach. Ah, um. Ach. Wir können das ja noch so schnell kommen. Nein, 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 nein. So. Lehne mal in. So, denn das ist mit der Pfad. Sonst würdest du jetzt ein paar Herzen polieren. Die müssen sich da hinten ranlassen. Wird die Linke nicht auf die Haare noch verpassen, oder? Wird doch sonst noch ein Video werden. hier sitzen das ist jetzt die edge hier liegt es in die kellerbereich wo es in die was was meinst du ich wollte mir jetzt noch mehr andere einfach mal Und ich hab jetzt meinen Flauer sozusagen der auf den vollen hier noch die... Vielleicht jetzt mal sozusagen unsere... Ich hab die privaten Rüstern geholt? Mhm Die bauen ja auch noch einen LP Die werden ja auch einen LP bauen, sozusagen Okay Bitter leuchtet, die ist nicht viel Ich brauch dann nur die Klöster, sie brauchst denen ja die halt Ich hab nur Müll bei mir Leventar mal auf So Vor allem hätte ich immer hier diese Löcher Geht es da, äh, geht es da runter in den Keller Und dann fällt man da so runter Und dann dead Hm, mit der Klaus würdest du glaube ich nicht dabei sterben Die du du erinnerst Hast So Das Das wäre doch wenn ich noch so zu Ende Vielleicht schaute ich mich jetzt einfach mal da dran jetzt einfach durchzutreten Dass die Baumfarmen haben bald Das wird ja eine Zeit lang dauern bis das anläuft dort so an die Maschine Und dann fällt mir wieder So Das ist ja jetzt nur mit der Treppe Wir fahren das genau das selber auch hier nochmal So, das ist auch so. So, das ist auch so. Okay. Okay, wozu mir? Da ist schon. Okay. Hm, ok. Interessant. Ah, ok. Muss ich mal ein Problem, ich muss das vielleicht mal da rein holen. Na, vielleicht war das noch an. Ich setze mal, wo die Töte lief. Gucken wir mal. Ok. Wobei, dass er ja den noch mehr von 4 zu haben. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ich nicht müsste, dann machen wir nicht zu spielen. Ok. Also, ich möchte mit dem Lappdoppel. Ich habe noch ein paar Fisch von der Curry. a we all let me out let me out ich hab das alles angemacht du hast da eine geflogen ja ey ne ähm ja das passt nicht so ganz du lästert heute nicht mit den sachen die ich immer anfang an dem haben oder rum oder wie ja für die auch ich hab mal Bock ein bisschen mit den Rüstungen ein bisschen was zu machen weil ich die Rüstung eigentlich sehr geil finde die passt total von meiner Farbe die kre na ist okay machen wir ich glaube das heißt ich will dich gleich an den Boden fertig und dann werde ich mit dem höchsten Haushalt ein Provisorier abschließen und die Mitte der Teile aus der Erde machen sozusagen dass wir da nicht reinfallen können Wir setzen uns nochmal dran. Die Rüstern vielleicht auch für das Let's Play zu machen. Weil dafür müsste uns erstmal noch was anderes errichtet werden. Die brauchen erstmal noch ein paar Andersoncraftmaschinen davor. Wenn Leute jetzt hier noch gewohnt, dann werde ich mich vielleicht mal dran machen. Hast du was zu tun? Weil ich weiß gar nicht was du machen sonst oder wie ist es bei dir? Hm? Willst du das was du machen willst oder? Also... Ähm... Nee... Machstier... Was für mich war also? Welst du? Das war es nicht? Das war's nicht. Das war's nicht. Das war's. Nein, das war's nicht. Das war's nicht. Das wird was euch... Hallo Pigsami! Pigsami ist 1000m gestiegen... Hm... Hm... Pigsami ist 1000m gestiegen... Hm... 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 Obôm Automatis ist... Wip... So... Wer ist denn das denn? Hey, du! Du! Ja, du! Ja, du! Komm an, vor! Lass mal, lass mal stehen, bleib mal stehen! Ja, ich kann´s auch. Ey, lauf, tut mal her! Alter, bleib mal stehen! Ey, tut nicht weg! Ey, ok, so. Tut noch mal zu ihnen. Ja, ok, so. Koppel Probespassen Kopp Koppel 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 Das Gespräch mit Pizomi Das eine Schöner und Haltung für ihn endet Koppel 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 Kauin Jürgert Koppel Lass mich nicht reißen Koppel aus der Koppel Jürgen Sie sind tot Die Autonome entlang Hat er von der Autonome in die Hintergrund Er hat aber anverstanden ob das, was wurde Mache Ich bin unter Ich klampe Ich bin unter Ich klampe Ich klampe Ich klampe Lass mich Lass mich Lass mich Lass mich Lass mich Lass mich Oh, meine Nano-Suit-Boots sind dann bald kaputt Nein, Energie leer Die geht nicht kaputt Die hat Energie Die geht dann immer leer, wenn du so viel Schaden leidest, sozusagen, ja Achso Waffschlotz brauche ich vielleicht mal so fertig, das ist das Provisorisch höher als Glitz-Suits, ne? Hallo? Das ist ein bisschen tief aus Oh Oh, ich hab ein bisschen Schaden gekriegt Oh Wo ist alle? Ja Oh Dann geh ich mal zurück Ich tu das mal aufladen Wenn schon preislos ist Oh Ja Ja, dann glaube ich auch direkt damit Dreimal Dann müssen wir lustig werden Die Sauce von dreimal herzustellen So Einmal da Da Was? Warte, was? Sommel, Mensch, bitte Falsche Position Siehe, Mannar, ganz schön Einmal hier drüber umlaufen Fertig, machen wir hier so... Nein, nein, doch... Okay, so... Hm, ich finde das andere mal überlegen... ...ich das alles hier übergeschnallt in dieser Seite... Welches Brutal muss ich denn nochmal gehen eigentlich? Das namenlose... ...drei Seiten haben ja einen Namen... Eine Seite hat keinen Namen am Spawn hier... ...hat der Let's Play Welt noch nie in die Informationstabel verpasst... Okay... Da steht kein Name bei den Eingang... Dauerlauf... So... I am back! Oh... Dauerlauf... So... Und das musste... Ja, hier... So... Kann man überhaupt... Okay... G-Mode 1... Okay, kann man nicht... Okay... Kann man ja nicht... G-Mode... So... Das kannst du nicht... So... Das kannst du nicht... So... So... Event... So... 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 Event... So... So... Okay... So... Wie schwer... ...äh... ...ohne an den Steinen zu stehen... Muss genau mal gucken. Ja. Hat sowas oder die? Bitte bei mir. Ja, bei mir auch. Wow. Zauberei. Magic. Nicht mehr. Verruda. Herzig ist erzeugt. Ich fliege ja nicht da auf der Stelle. Help me! Ich krieg mal ein bisschen. Er leistet ein bisschen. Na ja, passiert schon eigentlich nichts. Oh. 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 Sollte das vielleicht der Wandfestival bleibt. Oh. 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 Das ist ein Teeth. Der Eins von mir hat keinen Kopf. Come on fall, fall in this, come on fall in this thing, yes, come on, die. Nice. Und was du wirst, wir sind schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ja. Na dann. Wohl. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, macht's gut.